In Frankfurt Salsa lernen. Hier in diesem Video geht es darum, dass du im Umkreis Frankfurt Salsa tanzen lernst. Wunderschönen guten Tag, dir sei gegrüßt. Hier grüßt dich der Sian, Sian Jerome McCray. Salsa Tanzlehrer, Salsa Privat Tanzlehrer. Ich bin vom AlleTV, IHK, World Dance Council, Gütesiegel ausgebildeter Tanzlehrer und möchte dein persönlicher Salsa Privat Tanzlehrer werden. Privat bedeutet, ich möchte bei dir daher einen eigenen verwenden oder einen Wunschort dir das Salsa Tanzen beibringen. Wenn das Thema Salsa lernen über Privatstunden für dich interessant ist im Umkreis Frankfurt, dann meine Empfehlung, lass uns in Kontakt kommen über die 0176 840 44 661. Das ist die Nummer für deinen Salsa Erfolg. Ich bin das Katapult, du bist der Tänzer, ich katapultiere dich nach vorne im Bereich Salsa. Lass uns loslegen im Umkreis Frankfurt für deinen Salsa Erfolg. Ich habe dieses Video gedreht, damit du die Entscheidung treffen kannst. Nun ist es an deiner Seite sich zu entscheiden. Die Nummer für deinen Salsa Erfolg ist die 0176 840 44 661. Lass uns loslegen, es geht los.